Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um den Philips Luftreiniger. Heute speziell um den Filter. Nachdem ich von euch in den Kommentaren schon mehrmals gefragt worden bin, was ich denn mit dem Filter mache im Luftreiniger, bzw. wie oft ich ihn wechsle, wollte ich dazu einfach mal kurz meine Gedanken mit euch teilen. Generell ist es so, Philips selbst sagt, man kann den ein Jahr lang betreiben mit dem Filter, der Verbausabwerk, und man sollte ihn einmal im Jahr erneuern. Und generell so neue Filter kostet bei Philips ungefähr 35 Euro, auf Amazon aktuell so 33, 34 Euro. Gut, in meinen Augen ist das erstmal eine Menge Geld, denn für mich ist der Luftreiniger ein reines Luxusfeature. Er filtert Gerüche, Haustaub und Pollen aus meinem Zimmer, aber ich kann theoretisch auch ohne ihn gut klarkommen. Dementsprechend kam mir gleich, da kann ich doch ein bisschen mit dem Filter sparen, oder? Tatsächlich ist mein Luftreiniger jetzt fast ein Jahr alt und ich habe noch keinen Filter getauscht und glaube auch nicht, dass ich in nächster Zeit einen Filter tauschen werde. Das kommt einfach daher, dass er bei mir nicht dauerhaft im Betrieb ist. Also wenn ich wochenends nicht in meiner Wohnung bin, dann schalte ich ihn aus. Oder aber auch wenn ich tagsüber draußen bin, dann schalte ich ihn entweder in den Nachtmodus, das er nur sehr langsam filtert, beziehungsweise ich schalte ihn auch ganz aus mal und dementsprechend hat er noch kein ganzes Jahr Betriebsdauer hinter sich. Außerdem habe ich nicht den Eindruck, dass er die Luft irgendwie schlechter reinigt, dass er langsamer reinigt oder dass er laut geworden ist, jetzt nach fast einem Jahr. Dementsprechend sehe ich auch keinen Bedarf, ihn zu tauschen, denn wie gesagt, 35 Euro sind immer noch 35 Euro. Was ich allerdings hin und wieder mache, das zeige ich euch gleich. Auch wenn ich meinen Luftfilter in der neckten Zeit nicht tauschen werde, dann tue ich ihn trotzdem ab und zu einfach ein bisschen sauber machen. Das mache ich, indem ich ihn umdrehe, hinten aufmache. Das kann man halt, indem man das Gegenuhrzeig jetzt hin dreht, kann man die Abdeckung hinten abnehmen. Dann kann man den Filter herausnehmen. Und jetzt sehen wir schon, da hat sich ein Haufen Staub gesammelt. Ich habe ihn auch extra für dieses Video längere Zeit nicht sauber gemacht. Und was ich jetzt im Endeffekt mache, ist eigentlich ganz simpel. Und da streiche ich einfach mit meiner Hand den Filter sauber. Hier sieht man schon, wie sich richtig der Staub drunter geht. Das ist jetzt vor allem der Hausstaub und die Pollen. Und ich bin der Meinung, dass das eben ganz schön viel bringt. Denn dadurch ist das Ansaugen der Luft für den Luftreiniger eben schon wieder deutlich einfacher. Und ich sage mal, der grobe Staub ist sowieso das, was das am meisten beeinflusst. Natürlich kann ich somit jetzt nicht den HEPA-Filter, beziehungsweise nicht den HEPA-Filter, sondern halt den Aktivkohle-Filter reinigen. Aber ich sage mal, so stark wurde der wahrscheinlich eh nicht belastet, denn so oft wird der Gerücht nicht ausgesetzt. Ich rauche nicht. Generell bei mir muss er höchstens mal mit Deo zurechtkommen oder aber mit Kochgerüchen. Und das war es auch schon. Ein Gedanke, den ich auch machen würde, wenn ich denn ein Kompressor zum Beispiel da hätte, wäre, ich würde nach draußen gehen und würde dann von innen hier mit Druckluft hier reinblasen. So, dass ich dann auch die feineren Staubartikel aus dem Filter wieder rausblase. Das habe ich schon beim Motorrad dann so gemacht, um den Luftfilter zu reinigen. Ich weiß, das ist jetzt natürlich keinen neuen Filter, aber es ist besser, als mit einem dreckigen alten Filter herumzufahren. Und ja, da würde ich sagen, es sieht soweit wieder in Ordnung aus. Und dann stecke ich ihn wieder in den Luftreiniger hinein. Mache ihn zu. Und dann bin ich soweit so fertig. Ich könnte mir gerne in den Kommentaren mitteilen, was ihr von meiner Herangehensweise haltet, dass ich den Luftreiniger, den Filter nicht tausche, sondern jetzt erstmal das nächste, ich sage mal, halbes Jahr einfach nur von Hand sauber mache, wie ich es bisher gemacht habe. Aber ich denke, es ist unnötig, einen neuen Filter zu kaufen. So sehr ist der alte nicht belastet und aktuell macht sich der Reiniger auch nicht bemerkbar und so kann man sich trotzdem ordentlich Geld sparen. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.